Hallo, herzlich willkommen zu Singularity. Ich bin Sanfinkol und ich bin hier oben und habe gerade ein paar Stimmen gehört. Ja, ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. So, so gut. Oh, der brennt. Oh, will sie nicht da? Du kriegst die Schrotwinde. Nein, 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 nein. Ich bin gar nicht mehr da. Aber jetzt? Ja, so schnell geht's. Nachladen. Das geht mir alles ein bisschen zu einfach. Zu schnell. Gibt's bestimmt hier noch was zu holen, dass ich dann vergesse. Zum Beispiel dieses schöne Waffenpaket da. War das hier irgendwo? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich nehme mich mit. Ich kann nicht brauchen. Die Waffentechnologie. Die hätte ich gerne. Nun gut. Dann war sie halt nicht hier. Das hat sich ausgesetzt. Tsch, 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 tsch. Okay. Gibt's hier noch? Voll, voll. Voll, voll. Ey, diese Schränke, die erschränken mich manchmal ganz schön. Voll. Gesundheit voll. Wo ist denn diese blöde Waffentechnologie, die ich da gesehen habe? Ich hätte nämlich die Waffe da, äh, aufwerten können noch. nochmal. Ups. War ich das? Hahaha. Komiker. Ich geh jetzt besser. Wohin? Oh. Ja. Oh, den nochmal. Oh. Da kommt einer durch die Tür geflogen. Puh. Pf. Hu. Auf PAC.- Heide, nein. Ja, die sind ein bisschen beschäftigt, glaube ich. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Wenn ich schon mal hier bin. Nö! Das ist ein Wiener. Oi! So, jetzt könnte ich aber ein bisschen was gebrauchen. Mach erstmal das so. Die Tür ist zu. Da kann also keiner mehr kommen. Aber die Musik ist noch nicht weg. Ich glaube, das gehört zu. Der wäre nie im Leben reingekommen. Nie und nimmer. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier rauskomme. Aber benutzen. Ah, diese blöden Mistviecher da. Die. Habe ich ja gefressen. Das war wohl nix. Oh, das sind aber so viele. Wo muss ich hin? War das hier? Tatsächlich, ne? Okay. Ja, ich muss da hin. Da runter. Ah, das ist ja wohl n Scherz, oder? Kommt das her. Einfach hergebeamt, der Scheiß. Ha. Jetzt. Oh, hopp. Ey. Die mich verarschen. Ich will die Schrotflöne wieder zur Hand nehmen. Ja. Mir schwankt da schon wieder Übles. Das. Oh, da ist die Waldfee. Da geht's aber heiß her. Ich hätte das Vieh leben lassen sollen, glaube ich. Ich will die Waldfee. Oh, eine Granate. Das habe ich aber gar nicht gern. Ich kann die doch irgendwie aufnehmen, glaube ich. Oh, nein, nein, nein. Blöden Mistviecher da. Oh, da ist was. Wo ist denn der Vogel mit seinem... ...RPG? Ah, da hinten. So. Munition. Gut, da bin ich eigentlich gut davon gekommen, ne? Alles noch voll. Nicht schlecht. Wäre ich wahrscheinlich noch brauchen, habe ich das Gefühl. Wo muss ich hin? Oh, ein Raketenwerfer. Okay. Okay. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Hier. Oh, ich mache das anders. Okay. Okay. Ich dachte, ich komme hier durch. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Okay. Na? Ah, ich komme durch. Okay. Okay. Gibt es da noch was? Nein. Oh, da liegt noch Waffentechnologie. Die nehme ich doch gerne mit zwei Stück. Ich glaube, ich brauche drei für die eine Verbesserung. Wenn ich mich nicht irre. Runter. Hoch. So, und jetzt geht's hier entlang. Ja, das habe ich gewusst, dass das zugeht. Habe ich mir gehört. Immer das gleiche mit euch Türen. Ist voll alles, ist alles gut. Das brauche ich alles nicht. Alles noch voll. Da ist ein Waffenschrank. Da kann ich jetzt mal gucken, ob ich noch was verbessern kann. Gibt es da noch was zu verbessern? Schnelles Nachladen, ja. Nein, das lag ja schon. Aber die hier da, vielleicht noch was verbessern. Ja, bei der Schrotflinde ist das schnell in der Achtladen schon voll bewaffnet. Oh, cool. Na da. Schau hin. Munition würde ich noch kaufen, ne? Nee, ist ja voll. Gut. Okay, langt. Alles gut. Alles gut. So, 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 so. Und jetzt? Davor. Oh, jemini. Ihr Schwein schon wieder Übles. Ein Teddybär. Ich kann Ihnen ja nichts machen bei dem. Oh, woher haben wir denn Köpfchen? Ich glaube, du spinnst. Was ist denn ein Nagelkanone, ist das? Waren denn die da? Schießen noch von beiden. Oh. Oh. Oh, sie schießt, die... Entdeckt hat er mich. Okay. Lege ich dich mal ab. Wo ist meine... Wo ist meine Waffe? Jetzt meine gute... Scheiße. Ist sie jetzt weg? Ist sie jetzt tatsächlich weg? Die ist doch tatsächlich weg. Jetzt muss ich da noch schnell meine Waffe wiederholen. Da ist der Waffenschrank. So. 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 Wie doch mein. Darum ist es aber ganz schön. Aber ich glaube, die Zeit ist schon... Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein, oder? Ich hab doch erst angeschaltet. Ja. Schon. Schon drüber wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Äh. Ja. Es geht beim nächsten Mal wieder weiter. Jetzt wo es spannend wird. Wo die komischen Spinnen da rumrennen. Seid gespannt. Tschüss. Bye-bye. Winke, winke. Und halle die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.